Hey Leute, Mundeglopp hat sich mal wieder die Weltpremiere von zwei Folgen schnappen können, in diesem Fall Migration und Derision. Migration wird Morgennacht und Derision in der Nacht darauf erscheinen. Das genaue Datum findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Passend dazu haben sie heute einen sehr ominösen Trailer für beide Folgen gezeigt, der damit beginnt, dass Luca an Marinette und Adrien vorbeigeht mit einem wissenden Lächeln, denn wie sicher viele von euch wissen, kennt ihr ihre geheimen Identitäten. Und auch wenn er sehr vertrauenswürdig ist, bleibt das Risiko natürlich bestehen, dass Monark durch eine Akkomatisierung herausfinden könnte, was Luca weiß. Es haben aber bereits schwächere Personen geschafft, einer Akkomatisierung zu widerstehen, also bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es Luca schaffen wird, Monarks Einfluss zukünftig zu trotzen. Man kann es zumindest nur hoffen. Für diese Folge wurde uns ja ohnehin schon gezeigt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach Bob trifft, der sein Unwesen treibt. Im zweiten Teil des Trailers werden uns zunächst Marinette und Adrien gezeigt und im Anschluss Marinette, die aufs Übelste von Chloe gepiesackt wird und sehr wahrscheinlich wird auch sie es gewesen sein, die Farbe auf Marinettes Stuhl geschmiert hat, um ihre Hose zu ruinieren. Dass Marinette droht akkomatisiert zu werden, wussten wir ja schon vom vorigen Teaser. Man darf gespannt sein, was da auf uns zukommt und wie immer, bis zum nächsten Mal!